Musik Mein Name ist Carola Tesche, ich bin hier auf der Produktronika in München. Bei mir ist Herr Axel Wolf von der ASKON Systemtechnik Elektronik GmbH. Herr Wolf, mit welchen Neuheiten sind Sie heuer auf der Messe vertreten? Wir zeigen auf der Produktronika Messe hier die VP7400. Das ist das Inline-System, das wir als ASKON Anlage als einzige auf dem Markt anbieten. Und die ist in Doppelspur sogar, das heißt, da haben wir einen richtig großen Durchsatz für unsere Kunden. Warum ist ASKON seit vielen Jahren Weltmarktführer? Wir haben über die Jahre die installierte Basis weltweit so weit mit unseren Kunden aufgebaut, dass wir halt von Neuseeland über Asia-Pacific in Europa komplett, auch den asiatischen Markt komplett abdecken und haben die meisten Maschinen verkauft und weltweit installiert. Warum ist ASKON in der Dampfphasen-Technologie so erfolgreich? Unser System, der Anlagenbau selber ist halt sehr, sehr einfach, sehr simpel aufgebaut, ist für die Kunden sehr, sehr einfach zu bedienen und der Prozess ist sehr, sehr sicher. Es gibt auch andere Marktbegleiter, die es auch Dampfphase nennen, aber bei denen ist es halt in dem Fall so, dass die halt andere Prozessparameter haben und diesen sicheren Prozess nicht so beherrschen. ASKON ist in Bezug auf die Produkte eng im Kontakt mit Kunden. Was ist da der Hintergrund? Man muss die Produkte der Kunden einfach verstehen. Also das thermische Verhalten, die Produkte, wie sie ihre Spezifikationen ausgelegt haben, und das muss man verstehen. Man kann nicht einfach das Produkt verkaufen und den Kunden alleine stehen lassen. Man muss sie beraten für das richtige System und dementsprechend suchen wir diesen Dialog auch. Und es gehört auch dazu, mal einem Kunden zu sagen, das geht mit der Anlage nicht, sondern du musst eine andere nehmen. Ich glaube, dieser ehrliche Austausch, der ist ganz wichtig und das zeigen unsere Verkäufe, dass die Kunden weltweit sehr zufrieden sind damit. Vielen Dank für die Informationen. Gerne. Gerne.